Ja, hallo zu noch so später Stunde. Wir sind hier gerade dabei und erstellen gerade ein neues Decoder-Programm, beziehungsweise auch einen neuen Decoder, der als Basis auf einem Arduino besteht. Die technischen Zeichnungen und alles das erklären wir dann mal in einem ausführlichen Tagebuchvideo. Nur der Stand jetzt und diese Uhrzeit ist folgender. Wir haben hier eine RGB-LED, wir haben einen Weichendekoder oder einen Signaldekoder. Je nachdem, für uns ist es auch später der Hausbeleuchtungsdekoder gebaut und wenn ich jetzt hier in der alten Intelli-Box die Signale alle auf grün schalte, dann kann ich Farben der RGB-LED einschalten und wenn ich auf rot drücke, kann ich diese ausschalten. Also schalten wir mal die erste Adresse an, dann haben wir jetzt blau. Ich schalte sie wieder aus, mal schauen, ob wir beides drauf bekommen, jawohl. Dann schalte ich die nächste Adresse an, das ist rot, schalte sie wieder aus und die dritte Adresse ist in unserem Fall jetzt grün. Dann schalte sie auch wieder aus und wir können natürlich auch die Farben schön miteinander kombinieren, sodass wir zum Beispiel auch ein schönes Violett hinbekommen. Wie gesagt, das sind die ersten Schritte und überhaupt nicht spektakulär, wir haben ja auch schon Dekoder bei uns selber gebaut, die ganze Signale steuern. Aber eben nicht auf Arduino-Basis, das ist jetzt eben der neue Schritt und natürlich wird das alles viel, viel, viel weiter noch ausgebaut. Aber für heute Nacht und um diese Uhrzeit und für das, dass wir ein paar Minuten jetzt daran gearbeitet haben, ist das schon ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Vielen Dank. Vielen Dank.